Das Drei-Klassen-Wahlrecht mit einer preußischen Besonderheit. Mit diesem Wahlrecht wählte man hier das Abgeordnetenhaus, die zweite Kammer des preußischen Landtags. Ab 1849. So viel sei schon verraten, wirklich fair war es nicht, die Wähler in drei Klassen einzuteilen und deren Stimmen dann unterschiedlich viel zählen zu lassen. Ich erkläre euch jetzt dieses preußische Drei-Klassen-Wahlrecht. Los geht's! Jeden Dienstag ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal Geschichte erzählt. Wie der Name auch schon sagt, ist es ganz zentral für das Drei-Klassen-Wahlrecht, dass es da drei Klassen gibt. In der dritten Klasse ist die breite Masse an Wählern einsortiert. Arbeiter, Landwirte, Handwerker. Das schwankt ein bisschen von Wahl zu Wahl und von Wahlbezirk zu Wahlbezirk, aber ungefähr sind es 82% der Wähler. In der zweiten Klasse Kaufleute, mancher Unternehmer, das Bürgertum, 14% der Wähler, ungefähr. Und dann die erste Klasse, Adelige, Großgrundbesitzer, Fabrikbesitzer, nur noch 4%. Wie kommt es jetzt zu so einem Ungleichgewicht zwischen den Klassen? Wie werden diese Klassen überhaupt gebildet? Naja, man nimmt einen Wahlbezirk und schaut sich das Steueraufkommen in diesem Wahlbezirk an. Dann wird jeder Klasse ein Drittel des Steueraufkommens zugewiesen. Wobei in der ersten Klasse die Menschen sind, die am meisten Steuern zahlen. Zum Beispiel also der reiche Fabrikbesitzer. Dann in der zweiten Klasse, logisch, die, die auch am zweitmeisten Steuern zahlen. Und in der dritten Klasse alle anderen. Auch Menschen, die überhaupt keine Steuern zahlen, dürfen wählen in der dritten Klasse. Ausgeschlossen war man allerdings von den Wahlen, wenn man Fürsorgeempfänger war, also Hilfeleistungen vom Staat bezog. Dann kam es immer wieder vor, dass in der ersten Klasse nur eine einzige Person in einem Wahlbezirk wählte. Warum das? Naja, wenn diese Person halt extrem reich war, ein Drittel der direkten Steuern des gesamten Wahlbezirks aufbrachte, dann durfte sie auch allein in der ersten Klasse wählen. Zwei Reichskanzlern, denen ging es ganz anders. Die waren gar nicht so reich, die zahlten nicht so viele Steuern, die wählten dann plötzlich in der dritten Klasse. Es ging also nur ums Geld und so konnte es passieren, dass ein Adliger, ein Lehrer, ein Arzt in der dritten Klasse wählte, ein Bauer, der zu einem gewissen Wohlstand gekommen war, vielleicht einfach auch ganz gut gewirtschaftet hatte und vielleicht in einem Wahlbezirk unterwegs war, wo die Menschen nicht so reich waren in der zweiten Klasse. Das wirklich Unfaire an diesem Wahlsystem war, dass die Wähler der ersten Klasse, 4%, ein Drittel der Wahlmänner bestimmen durften. Genau wie die 82% der Wähler in der dritten Klasse oder die 14% in der zweiten Klasse. Eine Stimme in der dritten Klasse war dann natürlich viel weniger wert als eine Stimme in der ersten Klasse. Konnte sein, dass die Stimme der ersten Klasse 25 mal so viel wert war wie die Stimme der dritten Klasse. Von Wahl zu Wahl und von Wahlkreis zu Wahlkreis natürlich unterschiedlich. Und dann wählten die Wahlmänner die Abgeordneten im preußischen Landtag. Welche Parteien wurden nun bevorzugt? Welche benachteiligt? Die Konservativen, die profitierten. Deren Wähler, zum Beispiel ein reicher Gutsbesitzer, war reich und seine Stimme war mehr wert als die Stimme eines Arbeiters, der vielleicht für die Sozialdemokraten votierte. Die SPD bekam durchaus viele Stimmen, aber eben nur wenige Abgeordnete. Die Einteilung der Wahlkreise-Wahlbezirke führte auch zu einer Bevorzugung des agrarischen Osten gegenüber dem industriellen Westen. Im Osten, da brauchte es einfach deutlich weniger Stimmen, um einen Wahlmann zu wählen. Jetzt gibt es bei demokratischen Wahlen Wahlgrundsätze. Die waren beim Dreiklassenwahlrecht in Preußen nicht so wirklich erfüllt. Schauen wir uns an. Eine Wahl sollte allgemein sein. Das heißt, jeder sollte wählen dürfen. Man musste in Preußen 25 Jahre alt sein, um wählen zu dürfen. Kann man noch sagen, naja, die ganz Jungen, die wählen halt nicht. Kinder wählen ja zum Beispiel nirgends. Aber es waren eben auch alle Frauen von der Wahl ausgeschlossen. Dann nächster Grundsatz, die unmittelbare. Man könnte auch von einer direkten Wahl sprechen. Das ist nicht erfüllt. Der Wähler wählt ja einen Wahlmann und der wählt dann den Abgeordneten. Ist also eine indirekte Wahl. Dann der Grundsatz der gleichen Wahl. Überhaupt nicht der Fall. Da gibt es ja diese drei Klassen und eine Stimme in der ersten Klasse ist viel mehr wert. Haben wir ja jetzt lange besprochen. Waren die Wahlen dann zumindest geheim? Nee, es wurde öffentlich gewählt und auch zu Protokoll genommen. Es gab auch noch eine Besonderheit. Zunächst wählte die dritte Klasse, dann die zweite, dann die erste. Und jeder, der gewählt hatte, musste das Wahllokal verlassen. So war es der ersten Klasse möglich, völlig ungestört unter sich zu wählen. Die anderen, die waren ja schon nach Hause gegangen. Die dritte Klasse, die war in einer ganz anderen Situation. Die wurde beim Wählen beobachtet, kontrolliert. Womit wir beim letzten und außerordentlich wichtigen Punkt wären, der freien Wahl. Zumindest musste man nicht wählen. Da war man wirklich frei. Die Wahlbeteiligung war auch nicht besonders hoch. Vor allem in Klasse 3. Vielleicht wollten manche Wähler gegen das Wahlrecht protestieren oder hielten es für sinnlos. Die eigene Stimme hätte eh nicht sehr viel geändert. Ein großes Problem für die freie Wahl war aber die Öffentlichkeit. Man wählte unter den Augen seines Arbeitgebers, des Gutsherrn, des Vermieters. Der Staat konnte auf seine Beamten auch Druck ausüben. Und dann wusste man als kleiner Mann schon was zu tun ist. Man wählt vielleicht liberal, man wählt konservativ, aber man wählt nicht sozialdemokratisch. Das hätte dem Arbeitgeber nicht gefallen. Da hätte man ja Nachteile befürchten müssen. Jetzt klingt es alles so, als sei das Wahlrecht irgendwie nur negativ. Da möchte ich dann mal drei positive Dinge dem entgegensetzen. Immerhin gab es jetzt ein Wahlrecht und König und Bismarck entschieden nicht einfach alles allein. Dann ist es ja vielleicht auch nicht total ungerecht, dass der, der mehr Steuern zahlt, auch mehr entscheiden darf. Der schafft ja auch Wohlstand und Arbeitsplätze. Auch galten die Regeln bei so einer Wahl für alle. Das sieht man ja am Reichskanzler. Der war plötzlich in Klasse 3. Am wählen, das wollte der sicher nicht. Zwei Dinge noch. Dieses Drei-Klassen-Wahlrecht, das gab es in Preußen dann noch auf kommunaler Ebene bei Wahlen in Städten und Gemeinden. Und es schleppte sich trotz Kritik bis zum Ende des Kaiserreichs im November 1918. Dann wurde es abgeschafft. Bis nächsten Dienstag.